Nach einigen Minuten sah ich mich gezwungen, meinen PC zu resetten, das heißt, alle Programme weg, Intro-Dateien weg, Videos, den ganzen Scheiß halt, alles löschen. Yo Leute, wir befinden uns gerade auf meinem Desktop und wie ihr seht, hier sind nur die notwendigsten Programme, die ich jetzt zum Videoschneiden, Spielen, was weiß ich, brauche. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, ich war in letzter Zeit ein bisschen inaktiv. Das liegt nicht daran, dass ich keine Lust mehr auf Intros oder YouTube habe, sondern es liegt daran, dass ich mir letztens ein Sapphire-Plugin für After Effects runterladen wollte. Jedoch zog dies ein Virus mit sich. Kurze Zeit nachdem ich das Plugin installiert hatte und After Effects starten wollte, wurden auf einmal 70 Bowser geöffnet, meine Bildschirme haben angefangen zu flimmern und ein paar meiner Festplatten haben sich angefangen, sich langsam aber sicher aufzulösen. Ich natürlich panisch den Stecker gezogen, dachte alles wäre okay, doch als ich den PC angemacht habe, ging es weiter mit dem Geflimmer und die Browser öffneten sich wieder und der ganze Scheiß halt. Nach einigen Minuten sah ich mich gezwungen, meinen PC zu resetten, das heißt, alle Programme weg, Intro-Dateien weg, Videos, den ganzen Scheiß halt, alles löschen, von hier bis hier war alles noch da. Das sind halt die Standardprogramme von meinem PC und den Rest hier habe ich mir gerade alles runtergeladen, das hat auch ein bisschen gedauert und ja, das Resetten des PCs fühlt mir ziemlich schwer, da ich noch ca. 17 Plugins für After Effects hatte, um Smoke, Shake, die ganzen wichtigen Sachen halt für Intros zu machen und ja, ich habe jetzt noch nicht mal Cinema 4D, ich schweige den After Effects und werde mal gucken, ob ich mir das noch zulege, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ich jetzt machen soll, ob ich jetzt aufhören soll mit YouTube oder ob ihr noch weitere Intros haben wollt, ist euch überlassen. Ich sage dir mal, bis zum nächsten Mal und ciao.